Diese Musik ist ein großes Geschenk und macht mich sehr glücklich. Uns inspiriert er mit seinem geistlichen Gehalt. Er kam zu glauben, dass ein Stück, das seinerzeit als Charity-Konzert aufgehört wurde, später zum barocken Welthit wurde. Anspruchsvoll sowohl für den Zuhörer wie auch für uns Sänger, aber eine wunderschöne Musik.